Ja, Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial-Video. Ich zeige euch heute, wie ihr hier in Florenz die Glyphe-Head-Trick lösen könnt. Ihr habt die Position gerade auf der Karte gesehen und wir steigen auch direkt rein. Die Glyphe als solches ist nicht allzu schwierig, nichtsdestotrotz möchte ich euch zeigen, wie ihr das Ritzel lösen könnt. Am Anfang starten wir rein mit Houdini und Beth. An dieser Stelle geht es darum, hier die Edenäpfel zu finden. Da haben wir bereits den ersten erhalten. Dann haben wir hier noch Gandhi und dort geht es ebenfalls darum, den Edenapfel zu zeigen. Und danach sind wir tatsächlich beim schwierigen Teil dieses Rätsels. Dieses ist aber auch vergleichsweise einfach. Ihr seht auf der linken Seite, dass 6 der 1 entsprechen soll. Und das machen wir hier auch. Wir stellen die 6 auf die 1 und dadurch ergeben sich alle anderen Zahlen. Die 3 wird dann die 8. Die 6 wissen wir bereits, dass das die 1 ist. Und die 7 ist die 2. Und das ist am Ende des Tages auch des Rätsels Lösung. Und ihr könnt das Ganze dann theoretisch gesehen an der Stelle bereits bestätigen. Vergleichsweise einfaches Zahlenrätsel. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem helfen. Wenn ich euch helfen konnte, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also, macht's gut! Also, macht's gut!